Hey ihr mopbeligen Chocobos, die in Arenen kämpfen. Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Genau, jetzt geht's ins Kolosseum und wir kämpfen um uns Zugang zu Don Corneos Villa zu holen und ja, Aeriths Zugang halt zu sichern erstmal. Hi. Bist du Cowboy? Ghetto Cowboy. Oh, erste Runde antreten, ja komm. Ja, solange wir keinen Goldschmuck tragen müssen, ist alles okay. Okay, als nächstes gibt sich ein Pärchen die Ehre. Sie haben sich wohl bald ausgesucht. Sie sind zum 1. Mai und Jan. Sie haben sich wohl zu fein. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stauf genug heim zu gehen? Arena frei für Cloud O'Berry. Ihr Loser habt keine Chance, verbisst euch, zieht ab. Hey Mann, falscher Ort für'n Date. Hey Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack. Wow, doch lacht ihr, ne? Okay, ich bin sauer. Ihr Gegner ist unser allseits beliebter Bestienwendiger. Pferdenklappe und Aerith. Ein weiterer Haufenpappe in seinem Futternetzen. Heute gibt's sogar Nachtisch. Spritzendes Blut, panisches Reihen. Arena frei für den Einzigwagen, die unnachahmliche Blutdürstige der Bestie. Wow. Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein glänzender Einstieg. Wie viel Fleisch werden diese ungringend Tiere knabbern? Leute, Augen schließen des strengsten Verboten. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei. Das deutet immer so die Gewalt und alles andere an, aber irgendwie zeigt man doch nichts, ne? Das ist schon ewig als witzig. Oh, warte mal, gegen euch war Feuer ganz gut, ne? Warte mal, hab ich die schon? Ne, hab ich noch nicht. Ah, warte mal, ich kann doch alles scannen jetzt mittlerweile. Ja, ich kann alles scannen. Der ist gegen Feuer anfällig und die Vieche gegen Eis. Von der Shinra-Sicherheitsbehörde abgerichteter Kampfhund. Genetische Modifikationen haben diese Tiere in Blutsauger verwandelt. Mit ihren Tentakeln saugen sie Energie aus ihren Opfern. Auch wenn er selbst angreift oder das Gleichgewicht verliert, weicht er allen Magieattacken aus. Oh. Die einzige Ausnahme bilden Magie mit Treffergarantie. Äh, bildet Magie mit Treffergarantie. Einer von Don Corneos Handlangern. Er ist mit einem Dolch bewachtet und lässt Monster für sich kämpfen. Im Corneo Cut profitiert er von seinen Fähigkeiten. Sinken seine TP nimmt der Aufputschmittel, durch deren Wirkung er nicht so leicht einzuschichtern ist. Im aufgeputschten Zustand füllen Angriff und nicht länger seine Schockleiste. Na toll. Da geht's erstmal um ein bisschen Eisrad zu fressen, hä? Aua. Oh, ich bin scheiß Viecher. Ich glaube auch mit dem Anvisier das durch. Feuer. Oh, der ist schon futsch. Okay, also es war kein Zauber mit Treffergarantie hier. Ja, so. Das war's dann. Aua. Shit. Er ist auf. Mit diesem überraschten Ausgang hätte wohl niemand gerechnet. Ich liebe diese Jingles. Das Spiel hat sich mit einem großen Knall gewendet. Oh ja. Ihr Luschen. Der Sieg gegen Schlag mich tot. Anders trauen wir, klaut an er ist. Die armen Hundis, die können ja gar nichts dafür. Die Musik, geil. Das ist halt die originale Siegesmelodie. Nur ein bisschen aufgepeppt. Die erste Runde hätten wir überstanden. Hm. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ich klapp auch nicht dran. Ja, vor allem, wie viele Runden gibt's denn hier? So, kurz ausruhen, dann geht's schon weiter. Aerith darf nicht. Nur Cloud. Der macht erst mal Manspreading. Erst mal Manspreading auf der Bank. Aerith darf nicht sitzen. Dann kommen Sie zum Eingangstor. Oh, also ich hab'n großes Schwert. Ich muss die Beine bereit machen. So, gut. Zack, nächste Runde. Habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Ja, ja. Seid ihr bereit? Ja, ja. Halbfinale schon. Na dann Hals- und Beinbruch. Oh. Oh gut, das ist nur drei Runden. Na dann. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im Halbfinale. Zuerst. Unser Traumpaar, der sich Halb in Halb durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Gläubene. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Siegen euch hab ich Unsummen verloren. Ja, los, los. Heere Gegner. Ein paar Pfundskerle aus dem Wirtland. Die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern, so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidensierten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Werbgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat, ruchlose Gang. Oh wow, die lusten wieder. Ja, die kennen wir doch. Hey, alte Bekannte. Sag schön Hallo. Oh, wie praktisch. Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt klingt ihr. Euer Beck für die Sache von neuem Weg. Äh, äh, Beck? So dick sind die doch gar nicht. Hä? Holen, los. Oh mein Gott. Halt einfach dein Maul. Oh mein Gott. Die Jungs sind nicht die hellsten. Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfläger doch knapp mit acht Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur alles. Ja. Und zwar das, was Doktor Neo sagt. Habt ihr kapiert? Ja. 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 Der Don hat's abgesegnet, Leute. Ich geb's aus. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher ne schöne Schlägerei. Dieser Tag wird grandios. Nicht mehr gucken, sonst entgeht ihnen man. Freuen sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Ja. Das sind jetzt solche Luschen, ne? Ja, Feuer war gegen die ganz anfällig. Oh, die Handlager, die haben wir noch nicht. Aber richtig, ich mach's gerne hier. Geht ja recht schnell. Was, Ende mit dem Schrecken? Oh, das ist die neue... Oh, die hab ich ja gar nicht getestet. Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Sehr gut. Die sind alle gegen Feuer anfällig. Einige arbeiten für die Shinra sich jetzt... Ja, 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 komm. Das ist nicht so wichtig. Ich bin bereit. Nichts. Kannst du mal bitte jetzt nicht mehr betäubt sein? Danke. Jetzt reicht's mir aber. Bin ich jetzt bereit? Warte mal. Ich bin... Wo drin' ich sind viele? Da. Zack, 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 zack. Jetzt ist das recht. Ne, komm, ich warte mal. Okay. Da bin ich zwei Punkte ab. Und ich... Ja, keine Frage. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Lass das ruhig mir! Bleak, kannst du übernehmen? Jetzt hier und muss weiter. Blut, alles regnet! Last Earth! Okay, muss ich sagen! Du bist reichen Sieb! Ja, und uns geht's! Boah, wir sollen mich einfach mal wegtreten, die Pläne! Penner! Was soll's erreichen? Ah! Das ist mir schlecht! Flöcher sind der Letzte frei! Volle Konzentration! Könntest weinen? Nur die guten und die spüren! Nur die guten und die spüren! Die guten? Bei einem Fall die Idioten! Mh... Ein weiteres Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu weit sind! Der Sieg geht an! Das schlagkräftigste Bärchen aller Zeiten! Team Klautern LF! Die Verse werdet mal für uns und nicht gegen uns hier pfeifen. Da verliert ihr auch kein Geld. Na? Ein bisschen beeindruckt sind das schon, ne? Gar nicht schlecht, der Junge! Was hast du erwartet? Ich hab ihn schließlich massiert! Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände des Morden gewohnt. Hm. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Ach... Du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. Soweit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Ja? Total! Hm... Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja. Aber nur noch ein einziger Kampf, Klaut. Dann haben wir es geschafft. Naja, die anderen beiden waren jetzt auch nicht so schlimm. Ich hab mir zwar wieder ganz schön einschenken lassen, aber... Ich will halt auch immer die Kämpfe einfach so ein bisschen mit Krawall beenden. Und nicht so taktisch. Das ist noch glaube ich nicht notwendig. Wobei, beim nächsten Kampf... Mal sehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das Finale beginnt in Kürze. Jaja, ich komm schon. Warte mal, kann ich noch Waffenpunkte verteilen? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Er hat 13. Wobei der erste starb. Mindestens zwei Gegner treffen. Magiekreisbeschwören begrenzt auf einmal während des Effekts. Ich guck mal, ob ich es da noch machen kann. Vielleicht geht da noch ein bisschen was, da ich den so weit verbessern kann, dass es sich lohnt hier. Ich hab noch nicht mal die erste... Wow, ich hab da gar nichts geskillt auf der ersten Stufe. Nochmal Angriffe. Materia-Slot. Ich glaub, da mach ich da mal ein bisschen mehr auf Magie hier. Sturm. Ja, lädt nach Füße Schaden beim Blocken. TP Maximum. Magische Attacke. Oh, zusätzlicher Materia-Slot. Zwei Stück. Oh! Kann ich leider nicht so viel nehmen jetzt. Na. Magische Attacke. Materia-Slot. Verbinden. Okay, cool. Dann kann ich sie jetzt voll zum Magierin umgestalten. So, jetzt haben wir nämlich hier... Äh, warte mal was? Nur einen? Spinnig. Ich hab doch zwei Materia-Slots geskillt. Ach nein, hab ich nicht. Zusätzlicher Materia-Slot hab ich nur einen jetzt genommen. Nee, warte mal. Das hatte doch schon zwei, oder Spinnig? Da müsste ich doch jetzt vier haben. Ach, ich weiß es nicht. Das hat jetzt wahrscheinlich die Stots nur verbunden miteinander. Nee, da lass ich doch den Stab, oder? Der ist halt besser, der Wachenstab. Da nehm ich noch was auf der ersten Ebene. Magische Attacke, physische Abwehr, magische Abwehr. So, jetzt haben wir's. 73 hat er jetzt auf Magie. Voll gut. Der Wachenstab. So. Mitril-Armreif. Was macht er nochmal? Mehr Magie. Magie abweisende Komponenten. Ich glaub physisch brauch ich wohl auch noch ein bisschen Nietenreif. Ja, der hat... 40 auf physisch. Nee, ich lass mal magische Abwehr bei hier. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Ich glaub nämlich, ich glaub mich zu erinnern, was kommen könnte für ein Boss. Ich weiß es nicht mehr, aber es... Meinen größten Respekt. Ihr habt ja wirklich was drauf. Ja, geht so, ne? Jetzt kommt das Finale. Seid ihr bereit? Ich hab auf euch gewettet Leute, also lasst mich nicht hängen. Ein bisschen was haben wir drauf, ja. Verehrtes Publikum, wir haben Sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Kroneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen. Das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Jo! Yeah! Als erstes unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggepickt hat. Das Pärchen, das unser Herz mit dem Sturm erobert hat. Cloud und Derrish! Die Champions der bezaubernden Männer weg! Wunderbar! 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 Ihre Gegner waren bis dato bereits fünfmal siegreich! Sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung! Der Glückert landet im Krankenhaus! Und verpechert auf der Mülldeponie! Die ungrigen Killermaschinen! Von Choco Mosef! Applaus für das sezierende Duo! Duo! Oha! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Oha! Eine Leihgabe von Shinra! Das darf doch nicht wahr sein! Oha! Sehen die fies aus! Lada! Wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Haha! Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Kameo-Cats! Ring frei! Oh Gott! Die Sägeblätter! Oh! Lada! Hatte Ansturm! Warte mal erstmal Analyse, oder? So, Blitz! Blitz! Bei diesem beweglichen Abwehrsystem mit Eigenantrieb handelt es sich um ein Nachfolgemodell des Auslöschers. Mit rotierenden Sägeblättern an jedem Arm ausgestattet ist es ein absolut tödlicher Gegner. Eine bestimmte Schadensmenge oder die Zerstörung eines Sägearms können es lahmlegen und schockanfällig machen. Sobald es jedoch wieder funktionstüchtig ist, lässt es sich seine Schockleiste nur noch schwer füllen. Und hier. Ein bewegliches Abwehrsystem, bla bla bla. Nachher Leiden an der bestimmten Schadensmenge wird er schockanfällig. Okay. Das ist alles klar, als ich, die in die Schadenschen einstehe. Oh! Nice! Jetzt noch da, nie! Hier kann ich weiter! DetTA ist meine Schadensmacht! Oh! Ja! But da, ja! Oh! 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 Ja, haha! Ist zwar ein bisschen zu viel, aber... Ah, es ist ja, es ist ja... Und los! Aaaaah! Zack! Wahnsinn! Überraschungserfolg! Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Kornel Cup geht an! Team Cloud und Iris! Ja, glaubt aber selbst nicht, he? Ja! 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 Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen! Mhm! Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern! Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen! Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt! Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune! Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe! Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt! Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen! Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen! Davon war keine Rede! Das brauchst du mir nicht zu sagen! Dieser gierige Bastard! Dieser... Wow! Wie sie ausflippt! Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen! Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären! Das Publikum macht das auch nicht ewig mit! Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen! Wie unbeherrscht sie ist und schreit einfach mal los! Boah! Auch noch in solchen Tönen! Die feine Frau! Jaja, ist sie gar nicht! So! Ich wollte nämlich schon sagen, ich erinnere mich an den... Der war ziemlich... Das war ein sehr seltsames Etwas, was da... Naja, gut, ihr werdet's sehen! Also dann, viel Glück! Füllt meine Taschen brav mit Geld! Machst du das eigentlich mit Absicht mit der freien Schulter? Ich glaube schon! Auch wird ihre Brüste nicht mehr Richtung Platte zeigen! Oha! Oha! Ich mach das hier schon echt lange! Aber sowas hab ich noch nie gesehen! Davon wird man sich noch lange erzählen! Ich kann nicht lesen, was da steht, aber ist das für uns? Wow! Warte mal, ich will noch mal kurz zu Johnny! Ist der noch da? Oder ist der schon weg? Das ist der Schrott! Guck mal! Oh je! Da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt! Ach ja! Mach nicht so ein Theater! Ich mein... Immer, dass du uns verarscht! Ja! Abgefahren! Ihr habt's echt drauf! Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf! Na, alles bereit? Wette hin oder her! Ihr habt einen neuen Fan gewonnen! Und ich bin sicher nicht der einzige! Ihr schafft das schon! Yeah! Oh man! Was ist eine Veranstaltung hier? Was für ein Spektakel! Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch mal! Ja! Ja, Spektakel trifft! Ist doch so! Oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre! Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen! Denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf! Am Start sind viele alte Bekannte! Die Turteltäuschen, die diese Arena im Sturm erobert haben! Klaus und Kami! Klaus und Kami! Und selbige ist hier sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Ergrüßen Sie mit uns das Schallenhaus! Ein einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Oh, Spannung! Werden Sie von den Stühlen rutschen! Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Boah, das ist Horror aus. Außenabend festhalten. Das Koneo Cup-Sondermatch geht los. Dieses Mann hat ein besonders halbtückischer Gegner dann auf. Ich bin nicht runter. Eis ist wirksam. Don Cornelius Geheimwaffe. Ein Monster in Form eines Hauses. Niemand vermag zu sagen, wie es entstanden ist. Wenn es per Barrierenwechsel sein Element ändert, dann trifft es mit dem entgegengesetzten Element Feuer vs. Eis und Wind vs. Blitz, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Errichtet es mit dem Unbesiegbarkeitsmodus einer perfekten Barriere, füllt sich seine Schockleiste langsam. Direkt nach dem Verschwinden der Barriere lässt er sich jedoch schnell füllen. Oh, guck mal. Bumm-Bummchen, Krawummel und Krawummel. Stählbar. Ich weiß die ganze Zeit mit Böller. Ich weiß die ganze Zeit mit Böller. Ja. Oh, Hölbenpresse. Oh, ja. Okay, Feuer ist. Plötzlich. Ja. Aber es hat nicht viel ausgemacht. Voll ein Bomber. Wow. Jetzt ist Tag der hoffenen Tür. Schönenhaus hat zum ersten Mal besucht. Was im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird? Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. Schock. Nein. Unglaublich. Das war Cloudraus jetzt. Warte. Oh. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Das Möllenhaus ist Ihnen ausgeriefert. Oh, je. Scheiße. Sonderländer. Sonderländer. Oh. Nein. Achtung. Okay, jetzt ist nichts wirksam gegen das Ding. Das hat Menschen zum Fressen gehabt. Das Schönenhaus zeigt sein, dass es nicht ist. Das Schönenhaus zeigt sein, dass es nicht ist. Wie er die Schöne hat und er will darauf reagieren. Was für ein süßer Angriff. Verwandelt er die Arena in einen Friedhof der Kuscheltiere. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt drin? Ja, jetzt bestelle ich mich erst mal Schieber. Geil. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Oh, Schieber regelt. Da ist sie. Wechsel. Entstiegen aus dem ewigen Eis. Die eiskalte Königin. Den Schönheit, die bei Grausamkeit in nichts nachsteht. Jetzt oder nicht. Wow. Diese Augen. Mein Herz schlägt seit diesem einzigen Blick an. Okay, nichts ist wirksam. Schluss, aus, rausverkauft. Stühle zum halben Preis. Ein absolut unvorhersehbarer Zug. Wie der Strauss und Aron auf diesen Hölzern in Niederklass reagiert. Oh Gott. Seine Musik war kein Schmodus. Das ist knistern in der Luft. Das ist raus, sich doch. Was hängt das für den Schmodus als nächstes aus? Ja. Es ist ein verbruchigerarer Zug. Wir machen das für den Schmodus. Es ist ein halbber-gebrechiger Zug. Auch nichts. Auch. Selbst einen starken Mann wie Klau. Auch so ein väter Treffer aus dem Schopf. Schiva Diamantenstorb! Das ist so geil! Die tollen Kuscheltiere gibt es übrigens im Souvenirshop am Eingang des Kolosseums zu kaufen! Oh nein! Die imitierte Auflage! Ein bluder Zug von der Hau! Sie heht die Barriere einfach auf! Los geht's! Der Kleiner hat nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern auch mit mir! So eine Fahne hätte ich auch gerne! Ein unglaublicher Spezialangriff vom Hörnern aus! Okay, jetzt ist Eis wieder wirksam! Jetzt gar nichts! Verdammt! Jetzt wird das Haus aber richtig auf was? Hört es sich wer kann! Nach so einem Treffer in die Fresse steht keiner mehr aufrecht! So ein Angriff ist schwer zu verkraften! Dann los! Dann los! Das hat sicher wehgetan! Das hat sicher wehgetan! An Boden! Ist das das Ende für dieses Meisterwerk der Architektur? Bezieh dich! Der heilt nicht nur Körper, sondern auch fehlend! Nicht übertreiben! Überlass das mir! Ha! Und los! Fliegt! Und geht's! Ah, ich muss die Barriere aufheben, dann kann ich erst mit Limits, sonst bringt das nichts. Es ist ein unglaubliches Wechselspiel aus perfekter Offensive und Defensive! Ich mag gar nicht Finsen, so aufregend ist das! Aua! Was ist gemein? Ich glaub, das war's nicht. Die Arena wird vor Jubelschein und Buhrufen! Das bringt alles nichts. Los! Geben wir alles! Was soll das? Verdammt Schmerz! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aerys! Du hast keine Sorge! Lass mich machen! Oh nein! Oh Gott! Noch ne Phase! Übernimm du! Zieh dich zurück! Was? Es fliegt! Es fliegt! Hat man sowas schon gesehen? Das nenn ich Architektur der Spitzenklasse! Ich helf dir! Dann übernimm! Bin ich jetzt drin? Der ist für dich! Der ist für dich! Das ist feierlich! Du bist... ...und... 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 Wir waren's für ein umwerfender Treffer! Cloud ist nicht zuständig! Was da drin ist, gleich aufmachen, dann sehen wir es! Es geht nicht auf! Oh, shit! Oh, shit! Der Kampf nähert sich langsam, aber sicher seinem Ende! Aber es bleibt bis zuletzt spannend im Koneo Cup! Wer wird den Sieg nach Hause bringen? Wer gerade dringt aus Chloros, sollte aufpassen! Nicht vor Aufregung lockerlassen! Peng! Oh! Was für ein Kampf! Geil! Geschafft! Ja! Geil! Der Koneo Cup! Der Koneo Cup! Geht an! Cloud und Aerys! Ha! Mein Sieg! Hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Was für ein Abschluss! Dieser Mann! Dieser Chip ist der Wahnsinn! Ungewöhnlich! Dass dich jemand fasziniert! Gefällt er dir? Hm! Hm! Oh, Leute, war das gut! Ich hab zwar jetzt echt nicht gut gekämpft, meiner Meinung nach, aber ich fand's sehr geil! So, gleich mal zum Kollisions- Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht! So, Bumm-Bummchen! Einen putzig anzuschauen, das blüscht hier, dass das irgendeinem Grund explodiert! Und Kawummel! Ich kauf's ihm mal! Das war's schon! Mehr habt ihr hier nicht! Beeilung! Nur noch wenige Stücke verfügbar! Und du meinst? Da seid ihr ja! Ich hab euch schon gesucht! Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen! Gut gemacht! Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei! Lässt sie ausrichten! Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig! Alles klar! In Corneos Kolosseum werden Tag und Nacht heftige Kämpfe ausgefochten! Wenn du dich in einem neuen Match beweisen willst, geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter! Während der Kämpfe im Kolosseum ist die Benutzung von Gegenständen untersagt! Jedoch werden TP und MP nach jedem Kampf im geringen Maße wiederhergestellt! Die Materia Stehlen ist hier wirkungslos! Ach schade! Die hätte ich mal benutzen können, die Materia, weil... Ich mein mich zu erinnern, dass man mit Stehlen nur ganz einzigartige Gegenstände auch wieder bekommen konnte! Ja, krass, ne? Hallo, hallo, ja! Was ist los? Das sind unsere Feiern hier! Danke! So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, Vision brauche ich nochmal, Schockphänomen... Was? Bei Analyse... Beim Analyseprozess des Schockphänomens wurde eigentümliches Verhalten festgestellt, hinterdem eine Art Kampfinstinkt vermutet wird! Dieses Wissen soll sich bei der Entwicklung neuer Materie anwenden lassen! Der Auftrag lautet, Daten zur Nachweisfüllung zu sammeln! Mhm! Erhöhe Schaden bei Gegnern im Schockzustand auf 200%! Ich weiß nicht so ganz, wie ich das machen soll! Aber gut! Kriegen wir noch hin! Und Visionen auslösen, ja, ich weiß! Ist ja auch nicht allzu schwer, aber... Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt! Na klar, Chadley! Ich glaube, der hat aber aktuell nichts mehr... Provozieren! Weißt du, der Gegenstände? Oh, das habe ich mir ja schon geholt! Genau! Gegenstandseffizienz, 30%! Sehr gut! Dann gehen wir mal ganz schnell zu Madame und lass uns mal schick einkleiden, bzw. Aerith! Ich bin ja gespannt, wie sie dann aussieht! Ich finde sie jetzt schon ziemlich schick! Ziemlich hübsch! Aber mit den neuen Klamotten! Ich meine, das ist halt auch sehr zweckmäßig so eine Jacke, so ein Rock! Ja! Solange sie jetzt nicht aussieht wie die Madame ist, aber alles gut, glaube ich! Ach, ihr seid's! Das Kleid habe ich vorbereitet! Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären! Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist! In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden! Packst wohl gerne fest an! Was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis! Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden! Hahahaha! Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht! Hahahaha! Mach dich auf was gefasst! Aber Zeit ist Geld! Genug geplaudert! Das Kleid ist ne Leihgabe! Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen! Seid ihr soweit? Ähm, ja komm! Dann sollten wir keine Zeit verschwenden! Gut Ding will bekanntlich Weile haben! Das gilt beim Ankleiden ganz besonders! Mal sehen, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wärs, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns schon ganz gut eingelebt zu haben! Jetzt guck doch nicht so! Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst! Hahahaha! Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst! Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt! Warum hab ich nie gebeten? Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß! Das ist ne einmalige Chance! Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Memme zu Grabe trägst! Also dann, folge mir bitte, Eris! Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt! Mit nem Kleid allein ist es nicht getan! Nein, nein! Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen! Wow! Gut, Cloud! Bis später! Es wird nicht gespannt! Erstmal ein Tag im Schönheitssalon gewonnen! Und wir kriegen nichts! So, warte mal! Ich will mal übrigens die Materie ja doch wechseln! Ich nehm mal... Ich nehm statt Ifrit doch mal den Chokomoppel! Und obwohl, ich weiß nicht, Shiva gibt mir noch Abwehr! Jaaa... Gib mir mehr TP sogar der Chokomoppel! Aber weniger Abwehr und weniger Vitalität! Geht! Oh! Chokobo und Mokri geben mir Glück! Aber Ifrit gibt mir halt mehr physische Attacke! Jaaa... Die Bützelbombe! Ich find's super! Ne, komm, wir nehmen das! Zack! Mal testen! Abschied für kurze Zeit! Das heißt, sie zieht sich jetzt erstmal zwei, drei Stunden um! Lässt sich Make-Up verpassen! Dauert ja anscheinend sehr lange, ne? Kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen! Also... Warum manche Frauen sich dann echt halt so zugleistern? Ich mein... Also ich hab das jetzt nie irgendwie gebraucht, dass meine Freundin oder meine Frau sich halt so zugleistert! So lange! Ich mag natürliche Schönheit! Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt! Kann ich mal durch jetzt! Allerdings hat der Neue es verpfuscht und wurde von Touristen gesehen! Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust! Mache Platz jetzt! Weil du so mutig bist, lass ich dich nur noch mal auf! Du hast rein gar nichts gesehen! Ist klar, oder? Und? Die Neuen etwa auch? Natürlich! Boah, dass ich hier nicht durchkomme, das macht mich echt kirre! Das ist ein Wetterchen! Na gut, dann gehen wir mal zu Sam und sehen, was wir da an Aufträgen noch bekommen! Vielleicht gibt's ja jetzt endlich die Nebenmissionen! Die können wir dann wohl alleine erstmal erledigen! Andererseits, die Frage ist halt, wie lange dauert denn diese Brautschau bitte noch? Aber es ist bestimmt schon spät in der Nacht! Wann ist denn mal wieder Tag hier? Wir sind jetzt schon echt eine ganze Zeit lang da! Oh, da ist Sam! Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter mache, Leute, das könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, Mache ich hier mal ein Päusken! Ich muss hier erst noch ein bisschen nachholen! Hier wieder... Ne? Also ich werde es nicht die ganze Zeit wieder zocken und wieder voraus aufnehmen und so weiter! Ein bisschen schon, aber nicht allzu viel! Deswegen Dankeschön! Wir sehen uns hoffentlich wieder nächstes Mal zu Final Fantasy! Lasst mir ein bisschen Liebe da! Schreibt mir was Nettes! Liked das Video! Und schon bald ist nächster Part! Nämlich Part... Keine Ahnung wann dran! Bis dann! Tschüss!